Hallo Leute, ja ich hab noch was vergessen. Ich glaub ich hab auch den Upsell herausgekommen. Beim letzten Upsell. Die Filmglaube. Oh komm, das haben wir gekannt. Oh je, oh je. Ach hallo Jana. Warum ich hier und ich bin? Ach mein Glücksmied. Ich war unten an der Steinbrücke. Inzwischen, Lalaim und die Koppelinschläge. Und habe ein Koppelinschläge, oder? Naja. Und habe ein paar lose Steine festgemauert. Aber das ist eine schwere Arbeit. Nicht für einen alten Kerl. Mit einem kaputten Rücken. Jana, hast du vielleicht Zeit mir zu helfen? Du hast? Toll. Was für ein Glück ich doch habe. Deine Freundin wie dich zu haben. Jana, es geht eigentlich ganz leicht. Ich erkläre es dir. Nimm diesen Eimer mit Mörtel und diese Kelle und reite zur Brücke. Dort hebst du die losen Ziegelsteine auf. Klickst sie an ihrem Platz auf der Brücke zurück und Maus zieht fest. Du bist ja super geschafft. Also schaffst du das. In 0,0. 0k? Naja. Nichts. Komm zurück, wenn du fertig bist. Viel Erfolg. Ich hoffe, ich habe heute mal einen besser gelesen. Und betonte. Ich schaue manchmal auch meine Videos an. Wie ich es gemacht habe und alles. Aber was soll es. Ich glaube, da muss ich absteigen. Da muss ich erst das. Das ist erst das. Das ist erst das. Okay. Wolle. Apostle Mann. Du siehst es schon. Du bist ja einfach leid. Du siehst es schon. Du hast ja auch ein neues Titel nicht gehört. Du siehst es schon. Du siehst, das hinten. Das ist auch du und sonst. Ich glaube, das ist das letzte. Ja. Ab zum Kent. Ich dachte am Anfang irgendwie immer Kent. Hast du nun die Steinbrücke repariert? Ha! Auf dich kann man sich einfach verlassen, Jana. Gute Arbeit. Danke, Kent. Was habt ihr? Anna für uns? Hallo, Jana. Hallo, Jana. Du musst mir helfen. Boingo ist weg. Boingo? Okay. Wer das ist? Boingo ist mein Haustier. Der liebste, süßeste, frecheste, nager oder was auch immer. Ich weiß eigentlich nicht, was er für ein Tier ist. Aber das ist egal. Er ist weg und du musst ihn wiederfinden. Sehr lieb von dir. Wie er abgehauen ist, ich weiß es nicht. Er saß in seinem Käfig und plötzlich war er verschwunden. Er kann aber noch nicht lange weg sein. Hilfst du mir? Bitte. Danke, Jana. Ich suche ihn hier beim Haus und du kannst auf der restlichen Insel suchen. Du hast doch dein Pferd und das geht schnell. Für dich. Beide. Ist ja gut. Ach. Stress halt. Mach mal hier mal schnell die Musik leiser. Dann hört man mich vielleicht ein wenig besser. Genau. Und raus. Hä? Ach. No. Entschuldige dich, meine Mama. Kann hier, hier. ein Tier hier, auf dem Weg, da müsste noch etwas sein, vom Topf, bt nicht mehr, es ist weg, tschau, nächstes Mal, Die hat mich ja vorhin auch in den... Naja... was soll ich... Da ist ja auch nur Oros... Ich muss ja los haben... Dann ist einfach noch da... Äh da... Hm... Ey da scheint was zu sein... Das kenn ich doch... Das kenn ich doch... Das ist doch wie auf die Scham und... Der Beobachtungsmeister... Aber ich weiß auch nicht wirklich was das denn hier ist... Hallo Boingo... Warum bist du schon wieder abgehauen? Abgehauen... Na gut... Kannst du nicht einfach in deinem Käfig sitzen und lieb sein... Wie die anderen... Naja oder... Was auch immer du bist... Du kannst nicht einfach jeden zweiten Tag abhauen... Danke Jenna... Das war lieb von dir... Dass du mir geholfen hast... Wir sehen uns... Ja... Werden wir mal hoffen... Dass wir uns wieder sehen... Ich hab's gesehen... Hier müsste noch ne... Aufgabe sein... Von so einem kleinen Jungen... Dann ich die Suche mal für den Kopf... Und dann sehen wir uns gleich wieder... Hm... Ich dachte ich hätte ne Aufgabe bei denen... Aber anscheinend doch nicht... Naja... Gut... Dann halt nicht... Dann war's das auch schon wieder... Und wir sehen uns bald wieder... Und ja... Tschüss... Danke...